Meine Meinung ist jetzt speziell über die Skigebiete. Ich bin hier, ich rede jetzt direkt über Südtirol und ich bringe die Identität, ich rede jetzt mal ein Sprung. Die Skigebiete meiner Meinung nach sind Südtirol mittlerweile so weit als gebaut, dass es für den momentanen Tourismus, auch für die Zukunft, wahrscheinlich reichen würde. Ob das jetzt in der Nachdenkung verängert wird oder nicht, das hängt aber schon ab, was da einheimische, das heißt, in Gegenden, wo es mir zum Beispiel persönlich, jetzt ehrlich gesagt, freut, wenn ihr hört, dass es ein Skigebiet zum Beispiel besuchen, was krass genug ist, die Frechheit besitzt, ein einzigartiges Naturgebiet, Netkultur, Naturgebiet, hinten ins Martell dort verschließen. Also wenn solche Sachen passieren, dann haben wir sicher nicht davon richten. Und deshalb haben Sie, das hat sicher, jeder Hotelier, was eigentlich im Süden lebt und wohnt, hat eine Pfählichke, was er zur Verfügung hat, ausreifen zu werden. Und das ist, um vorbeizubleiben, wegen der eigenen Kultur, der eigenen Identität auszuleben, ist, wenn wir Südtiroler dort einbleiben zu erscheinen. Und nämlich dagegen so, man hat die Identität verbrannt. Wenn man seine Touristen da, die was das nicht der oder so nehmen, historisch, und das werden der oder so akzeptiert, das schaut der Terrorhaus so aus, als hat mir das alles so geholfen, weil ich kann doch nichts dagegen sagen. Und ich hoffe, dass da in Zukunft, in naher Zukunft, dass da die Radwanderung aufrechterhalten bleibt, zwischen der notwendigen Verbauung, um dass die Touristen trotzdem erkennen, was sie wichtig sind, und der Erhaltung der momentanen Kultur und Naturlandschaft, dass da einheimische auch noch Freitag und dort bleiben. Ich möchte dazu schon folgendes sagen, vielleicht wissen es viele Menschen, aber in Südtirol haben wir einen Zehnjahresplan für die Lifte und für die Pisten, also zehn Jahre wird vorausgeplant, der Zehnjahresplan ist 1999 genehmigt worden und kann wieder 2009 revidiert werden. Deswegen ist es nicht so, dass man da überall alles machen kann, nur so, da muss einfach in diesem Fachplan das drinnen sein. Zuzügig möchte ich noch etwas ganz kurz sagen, weil man glaubt dann immer, das wird dann auch geplant und dann wird das auch so gemacht. Also im Jahre 1994 war nur vorgesehen, dass in Südtirol die Pisten auf 4.121 Hektar ausgelehnt werden können und im Jahre nachher 2004, also sie hätten können, um 400 Hektar hätte man können dazu bauen und zu Pisten. Und dabei sind diese im Jahre 1900, das heißt 2004 sind es insgesamt 3779 Hektar, also es sind 100 Hektar dazugekommen. Man hätte 400 Hektar bauen können, also es ist nicht so, dass man da nur drauf losbaut, man muss schon schauen, ob das wirtschaftlich ist. Eine Piste bauen ist keine Kleinigkeit, deswegen hätte ich da nicht so viel Angst, dass man da überall und überall Pisten baut. Zum zweiten nur, was der Franceschini richtig gesagt hat, wir haben effektiv zu wenig von den Einheimischen gesprochen, aber dann möchte ich vielleicht noch etwas sagen, wenn die Südtiroler so viele Möglichkeiten haben, einen Südtirol auch Sport zu betreiben, ich sage auch Ski zu fahren und auch andere Sachen, natürlich Bäder und Fußballplätze und so weiter, dann können wir das hauptsächlich auch den Touristen verdanken. Also wenn wir die Touristen nicht hätten, dann würde es diese ganzen Möglichkeiten, die wir derzeit haben, nicht haben. Und ich kann euch etwas genau sagen, zum Beispiel gerade in Rahmengröden, wo wir natürlich sehr viele Touristen haben, aber in den normalen Sonntagen im Jänner oder Februar und so weiter, da haben wir an den Sonntagen 20% der Gäste sind einheimisch. 20%. Also das ist keine Kleinigkeit und da sieht man einfach, dass man dadurch, dass man eben Touristen hat, können eben die Leinheimischen auch diesen Sport betreiben, so wie sie eben andere Sportarten betreiben können, weil es eben die Touristen gibt. Wir dürfen das einfach nicht vergessen, was wir da zu verdanken haben, wenn wir auch den Wohlstand haben, den sie ein bisschen herunterspielen. Aber ich möchte nur ganz eine kleine Frage sagen, weil das ist schon interessant. Ich bin in St. Christina geboren und 20 Jahre lang, von 1950 bis 1970, hat es keinen Akademiker gegeben. Also keiner, der studiert hat. Also 20 Jahre lang hat es niemanden gegeben, der die Möglichkeit gehabt hat, also ökonomisch, wirtschaftlich, die Kinder auf eine Universität zu schicken. So war die Situation. Jetzt natürlich leben wir ganz alle in einer glücklichen Situation und das dürfen wir nicht vergessen, dass wir eben, ich würde sagen, nicht in ganz Südtirol, aber fast in ganz Südtirol, diesen Wohlstand wirklich dem Tourismus zu verdanken haben. Ich würde sagen, wir gehen dann in die Endrunde und denken dann, welche Visionen, wie stellen wir uns dann vor, wie könnte man aus diesem Dilemma herauskommen? Vielen Dank. 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 K und dann kann man etwas, um ein Gruppen zu verabschiedern, um diese Idee zu verabschiedern, und das nicht nur der Politiker, sondern der Politiker, der sich für die Einwohner zu verabschiedern, nach 5 Jahren. Nein, wir sind alle Einwohner. Ich bin alle Einwohner, weil ich hier bin, dass es hier alle Menschen denken, dass es einfach ein Patto ist, Cioè, pensando cosa pensa il responsabile del marketing territoriale dell'Alto Adige, non so se posso definire così, però insieme a quello che io faccio come lavoro, per esempio, adesso non è che voglio fare un duo, però sarebbe interessante che io riesco a capire meglio i suoi problemi e lui riesca a capire quali possono essere le cose di cui io sto parlando. Cioè, ci dobbiamo capire su che cosa stiamo dicendo, in sostanza, no? Perché se non ci siamo mai conosciuti, non abbiamo una cultura da mettere insieme. È solo mettendo una cultura di tante persone che pensano delle cose, che è quello che c'è scritto qua dentro, noi riusciamo a trovare una possibile proposta. La questione, appunto, secondo me, è la ricerca dell'identità comincia da qui. Che cos'è che differenzia l'Alto Adige dal resto delle... Sicuramente è una cosa che fa parte quasi della mia famiglia, sono due bambini bilingui, di cui uno parla... e mi piace studiare l'inglese perché vuole diventare un batterista come lui. Però, ripeto, sono queste le cose importanti di questa terra, no? Le altre cose sono quelle che abbiamo già detto, sono il paesaggio, sono la storia che bisogna ricominciare a studiare, perché probabilmente qui c'è una cosa che chi è diventato dottore o comunque che ha avuto una formazione culturale più alta perché ha avuto un'offerta di dati a migliore, ha la possibilità di studiare di più questo territorio. E quindi poco occorre agli altri, quindi anche ai turisti, ma anche agli abitanti, che... quali sono le differenze che possiamo essere delle cose... una cosa interessante anche da vedere. Secondo me sono... Siamo tutti d'accordo. Sì, ma adesso è una cosa perché in fin dei conti una delle cose che ho studiato personalmente in architettura e siccome continuate a parlare di estetica, continuate a parlare di forma, io sono convinto che così come non c'è un'identità, non c'è una perita di cultura, c'è una perita di differenziazione, ci sia anche la perita di stile. Il mondo, diciamo, adesso dico la parola che mi dà fastidio, ma il mondo globalizzato ha fatto perdere lo stile anche nella forma architettonica. Cioè voi vedete di tutto in questa terra, come lo vedete comunque in tutto il resto del mondo, perché ognuno, non avendo un ancoraggio, perché non esiste più nella nostra cultura, l'ancoraggio con la visione di un mondo unico, abbiamo la possibilità di pensare a quello che vogliamo e ognuno costruisce quello che vuole, perché lo può fare. Si va a comprare i materiali, lo costruisce, chiede l'autorizzazione e si farà a sua casa. E poi l'albergatore pensa che sia meglio costruirsi un castello perché gli ospiti saranno reolato, si costruisce una capanna di legno, perché pensa che lì ci darà più gente perché gli piace di più la parte dell'architettura. Però l'indifferenziazione dello stile è la stessa nuova, perché non possiamo, non riusciamo a proporre una qualche forma di riconoscimento delle persone in una forma architettonica. Ma questo è successo sempre nella storia. Lo stile gotico, con gli altri due stili che poi dal 1600 e poi non ci sono più stati, perché sono state solo la ripetizione di quello passato, perché la società è diventata diversa, perché ci sono stati più di un Dio. Nell'ottico uno rivedeva la forma dell'organizzazione dove Dio era la cosa più importante e poi c'era il re, poi c'erano i ferro tali, poi c'era il castello, percedente, cioè ci sono state delle forme sociali che hanno espresso questo modo, la forma di un edificio. Questa cosa la si può ritrovare. La si può ritrovare e quindi si può anche decidere che gli alberghi o gli ingressi della città siano di nuovo le mura e non siano le zone marginali. Se tanto sono così di ricercare questo punto, noi siamo tutti d'accordo. e vogliamo che tutto vada avanti così come è andato. Possiamo fare anche una guerra. No. In Israele farà una guerra per l'acqua, però non credo che sia questo. Se stiamo bene vuol dire che ci possiamo mettere qui tranquilli dopo la tua punto di guerra se ci mettiamo a discutere su che cosa vogliamo quante persone possono stare nelle montagne. Sì. Sì. sehr große Schwierigkeiten, die das letzte Statement von Gran Peratu noch so stehen zu lassen, weil ich denke mir, wir sind, also wenn ich es jetzt mal so kurz zusammenfassen darf, wir sind dank des Tourismuses hier, in Zukunft es gibt nur den Tourismus, der Tourismus hat uns alle gerettet, also so Dinge, die ich jetzt einfach mal rausgehört habe. Ich denke mir dann einfach hier um die Zukunft, sind das 51 Leute, die eine Meinung oder eine Zukunftsvision geschrieben haben, die komplett falsch liegen, weil ganz wenig eigentlich die Visionen oder die Zukunft im Tourismus sehen, oder besser gesagt, dank des Tourismuses entwickeln wir uns. Gibt es für Sie irgendwie auch eine Möglichkeit, dass das Land Südtirol, wenn es nach vorne schaut, abseits dem Tourismus, kann es nach vorne schauen? Gibt es da eine Vision, außerhalb des Tourismus? Ich glaube so, wie wir derzeit mit der Natur, die wir da haben, mit der Landschaft, die wir haben, zum Glück haben, also ich lebe in Dolomiten, also Dolomiten sind eben zum Glück einmalig, der Messner, der sagt, wie man es sind, die schönsten Berge der Welt, und der, glaube ich, hat welche paar Berge gesehen, also mit dieser Landschaft, glaube ich, wirklich, dass auch die Zukunft in Südtirol vom Tourismus geprägt ist. Ich sage natürlich nicht, dass alles Tourismus sein soll, das wäre plötzlich zum Glück in Gründen zum Beispiel, wir haben in Gründen, St. Ulrich lebt zur Hälfte von der Holzschnitzerei, also es ist nicht nur Tourismus. Und zum Glück haben wir auch die Handelsbetriebe und auch die Weintauer und 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 und, aber dass Tourismus eine große Bedeutung hat, davon bin ich überzeugt. Also und dann noch, zum Beispiel, die Frau Unger, die gesagt hat, vorher ein bisschen so als Abschluss, ich kann mir nur wünschen, dass in Südtirol auch in Zukunft sehr viele vom Tourismus profitieren können, damit man einfach die Tourismusgesinnung beibehalten kann, dass die Gäste merken, wenn sie nach Südtirol kommen, dass sie gerne gesehene Gäste sind. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre in der Zukunft. Und da müssen wir natürlich, und da gebe ich dir dringend vollkommen recht, auf Qualität aufbauen. Ich habe vor kurzem gelesen, es gibt eine Dreifachqualität, die natürliche, die Landschaft und die 3S, die Sauberkeit, die Sicherheit. Und die Service, dann die materielle Qualität, das ist vielleicht ein stimmiges Preis-Leistungs-Leistung, das führt bestimmt auf gutem Weg. Und die materielle Qualität, da brauchen wir natürlich sehr viel freundliche Personen, und da eben nochmal so ein Tourismusgesinnung zurückzukommen. Es muss einfach so sein, wie auch in Irland oder sonst wo, wenn einer in einer Straßenecke stehen bleibt, dann kommt gleich ein Einheimischer und fragt, ob er was braucht, wo er hin will, und ob er irgendeine Antwort auf seine Fragen haben will. Und das ist natürlich sehr wichtig, und das kann nur sein, die Tourismusgesinnung, wenn so viel wie möglich Südtiroler vom Tourismus profitieren. Ich werde mich jetzt selber nicht aufnehmen, aber ich bin zum Teil halt aus den Anden und aus der Steiermark, und ich frage mich noch halt, der Markt selber stellt sich ja auch irgendwie im Vergleich, und da möchte ich auch irgendwie vielleicht irgendwie eine Meinung dazu hören, wie sehr sich zum Beispiel Südtirol im Vergleich zum Benetout, zum Trentino, zum Tirol oder Kaupin irgendwie besonders unterscheidet, und wie wir das irgendwie in der Zukunft wahrnehmen können. Ja, wir werden ohne Tourismus nicht daraus kommen, wo wir Optionsmöglichkeiten haben, wie ist, in welche Richtung wir das entwickeln. Aber an der Frage, dass Südtirol, Stau von der Tourismuswirtschaft leben wird, dazu gibt es eigentlich keine Optionen. Ich wüsste nicht welche, wenn Sie welche wissen. Ich habe auch in diesem Buch keine gefunden. Aber wo wir Optionsmöglichkeiten haben, ist, man kann sehr gut entscheiden, und ich habe nicht gesagt, dass man entscheiden und planen kann. Ich habe nur gesagt, man kann Szenarien entwickeln, und man kann in einer Welt, die reisefreudig bleiben wird, wo Menschen sich bewegen werden, dort kann man ziemlich gut entscheiden, oder zumindest gut eine Richtung vorgeben, das kann man schon. Und dann kann man so oder anders landen. Man kann Ischgl machen, oder man kann eben auch, was weiß ich, Uldental machen. Beides sind touristisch. Und dann kann man überlegen, so, jetzt zur Frage, wo würden wir uns Kärten unterscheiden? Also, Differenzierung, sich zu unterscheiden von etwas, gehört je nachdem, aus welchem Raum man es sieht, zum Erfolg. Das heißt, wenn wir es in Nahräumen sehen, dann muss man sich natürlich von einer Steiermark kriegen, die unterscheiden. Wenn man es von kontinentalen Räumen sieht, dann muss man das weniger. Weil dort muss man im Wesentlichen sagen, die Alpen sind etwas, was man sehen muss, und doch, dass dann jetzt in den Salzburger Alpen stattfindet, oder in den Dolomiten stattfindet, ist eigentlich dann eine zweite Komponente. So können wir sagen, wir möchten die Rocky Mountains sehen, und dann wissen wir auch nicht ganz genau, liegen die jetzt in Kanada und in den USA und so weiter, aber wir sagen, das ist die Grundsatzentwicklung. Wenn wir jetzt von den Nahräumen reden, dann sage ich, ja, dieses Südtirol hat eine kontrastreiche Symbiose zwischen Albino-Mediterran, wie es sonst irgendwo gibt. Und dieses Albino-Mediterran, das ist einfach ein Differenzierungsmerkmal. Wenn Sie sagen, was uns vom Trentino unterscheidet, wird es schwieriger, dann könnte ich Ihnen sagen, da unterscheidet uns nur die Sprache, und eben eine Nähe zu einer anderen Kultur. Ansonsten von den Alpenherden, die liegen auch in Veneto oder auch in Trentino sogar zum größeren Teil, könnten wir uns nicht unterscheiden. Wenn Sie sagen, wo unterscheiden wir uns, eben auf dieser Seite, dann sage ich, baukulturmäßig, könnte man sagen, die Dörfer schauen uns anders aus als eben in San Martino, Vickastro, oder was auch immer. Und da gibt es schon Unterschiedlichkeiten. Wo wir uns am meisten unterscheiden, aus meiner Sicht, ist in der Kulturlandschaft. In der Kulturlandschaft unterscheidet sich Südtirol eklatant von all dem, was rund um uns umgeht, vom Graubünden, das unterscheidet sich vom Ticino, das unterscheidet sich von der Steiermark, und das unterscheidet sich auch von Salzburg. Und da sehe ich Differenzierungsmerkmale, und dann sagt man, okay, in diesen Punkten ist man sich natürlich um den Gast auch konkurrent. Am Ende, und dann verzicere ich auf alle Statements, zum Schluss, ich sage, unser Glück wird die Provinzialität sein. Zum Schluss werden wir in einer globalisierten Welt froh sein, so provinziell sein zu dürfen, so viel zu haben. Das ist ein, glaube ich, ein Wahnsinnswiderspruch. Wir werden froh sein, dass wir so viel an Regionalität, und ich sage mal, jetzt abwärten, vielleicht ein bisschen, aber das Provinzialismus erhalten haben, dass wir nicht aufgegangen sind, dass wir kämpfen mussten um unsere 28 Dialekte, die ich auch gerne verwende, nur dann, wenn ich italienisches Publikum weiß, im Saal, dann mache ich das eigentlich weniger, aber das ist, glaube ich, so eine Frage, da kann jeder tun, wie er meint. Und ich glaube, es ist auch ein Respekt, dass man Menschen versucht zu sagen, die Italiener immer im Dialekt reden, ich verstehe da nichts, die Trittiener. Das ist sozusagen mein Zugang dazu. Deshalb glaube ich, dass wir das alles in der Provinzialität eine große Stärke haben werden, und die Menschen global werden genau das suchen, wo es sozusagen Gemeinschaften gibt, die imstande gewesen sind, nicht der autarktischen Leben, das ist nicht möglich, aber die möglichst viel von dem, was sie intern verbindet, eigentlich sich für sich selbst erhalten. Und da gebe ich jenen recht, die kritisieren würden, wir däten das nur für jemand anderen. Wenn wir es nicht für uns selbst tun, wird es nicht überprüft. Und wird sich das im Preis auch niederschlagen? Weil wenn ich zum Beispiel als Konsument dann irgendwie entscheiden könnte, ja, vielleicht ist es in Tirol dafür billiger für mich, den Kampf um den billigsten Preis der Südtirol immer verlieren, immer. Weltweit sowieso und im Alpenraum auch. Das hat jetzt mit vielen Dingen zu tun, aber weniger jetzt unbedingt mit der Geldgier. Hier ist so eine Geschichte, ich sage es mal wertfrei. Die Kosten, die dieses Land hat, ganz gleich, ob das jetzt darum geht, dass wir eben Zweisprachlichkeit erhalten müssen oder was auch immer, in der öffentlichen Verwaltung alles in zwei Sprachen ausführen müssen, oder wie auch immer, Administrationskosten, wird dieses Land immer in eine Kategorie bringen, wo wir kämpfen werden müssen, darum, dass wir den gerechten Preis bekommen. Das wird unsere Schwierigkeit wirklich sein, weil unsere Kosten wir nicht imstande sind, sozusagen nach unten zu bringen. Vielen Dank. 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 der Populazione Lurale der Insanitata, per esempio, ...